Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Uli's Woolly World. Das letzte Part waren wir in dieser Burg. Also nicht in dieser Burg. Es ist ja keine Burg, das wäre ein Turm. Und da tabeln wir gegen den, den wir noch mal kennen. Wiss ich jetzt gar nicht. Naja, egal. Vielleicht fällt es ja nur ein. Und jetzt sind wir hier bei diesem Level, wo dieser Scheiger sich an einem Duschvorhang festhält. Und dann gehen wir mal rein. Vorhang auf mit Affenzahn. Geh auf den Vorhang auf mit einem Affenzahn. Also okay, so schnell geht das gar nicht. Okay, los geht's. Okay, mal gucken. Oh, cool. Das ist ja mal ein cooles Level. Das ist ja nicht. So wie auch mal 들면. Was für ein Wollower zum Jaguar in der Frau. No, ich bin aus. Ich bin aus. Das ist ja nicht. Ich bin aus. Wir haben nur ein paar Rund. Lass mal die Blume Blume sein und gehen weiter. Weiter geht's mit dem nächsten Vorhang. Rot, rot, rot. Die Musik ist echt schön. Nein! Er sollte keine Stahlattacke machen! Yoshi! Warum hast du eine Stahlattacke gemacht? Ja! Das wollte ich voll sehen. Ich habe eine Stahlattacke. Wie war das? Wow Das cool Das ist mein cooles Level ey, das war voll echt geil. Das ist bisher mein Lieblingslevel von allen Leveln. Und jetzt ist das nur ein Ballteil, da hätten wir ruhig alle haben können. So ein cooles Level. So, was versteckt sich hinter diesem Level? Albtraum aus Spukstoff, klingt schon mal nicht so nett. Was ist das? Was ist das? So, wie war das? So, wie war das? So, wie war das? So, wie war das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Es gibt ja neben dem Run Big Star so ein Spuk-Schloss, wenn wir- Oh ja, sie zittert! Ich wollte gerade überspringen, müssen wir noch mal warten. Schnell weiter! Wenn Joschi hier zittert, müssen wir uns mal wieder schnell rauskommen. Da- Da- Oh! Zitter, zitter! Ihr habt Angst! Wird ihr schon nicht Angst? Ah! Schwingen! Ah! Ich fuhre gar nicht weiter! Hier ist seine Wand. Ich dachte schon mal, dass er unten lang laufen müsste. Aber wie groß ist denn dieses Level, ey? Wir gehen ja erstmal oben lang, wir haben ja auch keinen Schlüssel. Irgendwo müssen wir einen Schlüssel herbekommen, anscheinend. Irgendwo hier. Irgendwo hier. Ich werde nur noch geben. Ich werde nur noch mal ein. Ist doch noch mal. Was? H?! Maage! Ah! Da ist was. Da ist bestimmt der Schlüssel oben. So schnell nicht mehr. So, wie kommt man da an die rein? Die müssen, glaube ich, von hier schießen. Da ist es nämlich aus der Schlüssel! Ja, wir haben den Schlüssel. Das müssen wir warten. Ich geh jetzt da noch nicht weiter! Ich geh jetzt da hin! Die einzige Möglichkeit ist, hier runterfallen zu lassen. So. Und jetzt durch, Yoshi! Wir haben den Schlüssel. Ich wusste, er kann sie nicht einfach runterfallen lassen. So. 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 Bis zum nächsten Mal! Jetzt wird die Wollteile erstmal vollkommen egal. Ich will jetzt mal durchkommen. Ganz sicher ohne zu sterben durchkommen. Oh, aber wir haben es ja schon geschafft. Gut, gut, gut. Joschi, du brauchst jetzt nicht mehr zuttern oder Angst haben. Du hast ja aus dem Schloss geschafft. Oh, ein Baumkram. Mal gucken. Rauf und runter und kreuz und quer. Okay. Hm. Wir sind dann. Ja. 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 Da kommen wir leider nicht mehr hoch. Ja. 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 Oh, was ist denn hier so los? Los. Geht hier noch weiter runter? Ich glaube, da fliegen wir runter. Ja. Das ist dann hier so. Kürzen! Sich nochmal zerflassen! Kürzen! Alter, diese Viecher nerven doch! Waren sie? Kürzen? Wann sie? Kürzen! Wann sie? Soooo, gehen wir weiter. Wenn ich dich verstecken. Durch die Röhre durch. Und was ist hier so los? Ein Tiger-Hüpfigum. Ah, das ist ein Wollpein. Ich glaube nicht abschießen, oder? Nee. Durch die Tür durch. Diese Pfeiler sind ja auch schon mal gut, aber wenn man dann in die falsche Richtung mit denen kommt, dann ist das schon doof. Ja, das ist das. Das ist so emotional! Der Blot-Tack-Shire, ja. Karten. Also von der Zeit war ja eh schon genug. Das Level ist aber nicht schlecht in der Baumstamm oder was anderes mit kleinen Bäumchen dran. Also das war auch schon gut her. Aber ja, die Pfeile. Die fand ich ein bisschen nervig. Naja, so toll ist es irgendwie so. Ja, das war schon wieder der nächste Endboss. Und die Zeit ist auch schon wieder um und da würde ich mal sagen, wir sehen uns in einem neuen Part. Bis dahin. Ciao! Ciao!